Willkommen zurück zu Phantom Liberty. Moin, hier ist der Angelus. Wir machen heute weiter mit der nächsten Aufgabe und zwar No Easy Way Out mit dem Boxer Aaron. Wir sollen ihn jetzt erstmal treffen in Terracognita. Das ist irgendwo da oben. Irgendwie so ein Club oder so. Ich muss mal schauen, ob ich hier irgendwo durchkomme. Aber dann machen wir da mit der Quest heute weiter. Also willkommen zurück hier in Dogtown. Und vielen, vielen Dank Leute, dass ihr wieder dabei seid und auch vielen Dank für den Daumenroben in der letzten Episode. Darf ich hier hoch? Gemütlich hier. Da. Black Sapphire? Neue Gäste? Ich glaube, ich bin nicht gemeint. Ich bin, glaube ich, nicht eingeladen in Black Sapphire. Unsichtbare Handschuhe. Zieh ihnen das Zeug aus der Tasche und hau ab. Und wenn sie mich erwischen? Taschendiebe. Im Stadion? Komm schon, du kennst dich da doch aus. Hm. Im Stadion müsste ich auch mal wieder... Da waren noch viele Geschäfte und vielleicht auch neue Quest. Wir werden mal sehen. Aufträge will ich auch noch abschließen hier. Und wieder ein Auto für El Capitano. Oh, das war mal ein Pool. Hm. Okay. Coole Aussicht. Alles nur die ganzen abgestürzten Personen hier. Außer die da tanzen. Die sind noch ganz frisch aus. Aber auch nur so lange, wie die Musik läuft. Okay. Wir sind auf jeden Fall jetzt oben angekommen. Hier ist auch wieder die nächste Poolparty. Vielleicht mal eine große Hotelanlage gewesen oder so? Oder sollte mal eine werden? Wollen wir jetzt da lang? Der Weg ist wild. Ich stört schon wieder was ab. Das war doch eben gar nicht so weit. Das ist ein ganzes Weg hier rumrennen. Oh, ich kann mal eine neue Waffe testen. Explosiv Munition. Oh, wegen der Explosivkugeln fliegen da jetzt einfach mal Beine und Arme. Oh, 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 oh. Guck dir das an. Das sind die Explosivkugeln von dem Ding. Hässliche Waffe, aber schießt auf den Kopf und einfach nichts mehr bleibt übrig. Da habt ihr ja die Arschkarte gezogen, Leute. Ich wollte hier nur spazieren gehen und ihr habt mich angegriffen. 2000 kann man halt einfach noch schön verkaufen. Das ist gar nicht so weit weg abgestürzt, das Ding. Aber ich habe dann erst eine neue Waffe gekriegt. Kriegt man halt hier ständig neue Ausrüstung, wenn man sich die Dinger einsammelt. Wenn man da Bock hat, jedes Mal hinzulennen. Wollt ihr auch noch was? Leg dich nicht mit mir und meiner neuen Wumme an, ey. Die ist böse. Die ist ganz böse. Was denn jetzt? Cyberware-Zimmer. Achso, ja. Ich könnte hier drinnen auch eigentlich... Ich habe die Wege ein wenig enger sind hier im Dogtown mit dem Bike. Was denn jetzt? Was, wenn mich jemand antreiben? Ne. Hm? Wieso kann ich nicht aufschlagen? Ich glaube auch. Hey! Jetzt, wo ich hier auf dem Bike bin, da schießt ihr, oder was? Oh cool, da ist eine Rakete. Das ist hier, da ist Terra. Da ist das, da schießt sie gerade. Terra kommt nicht da. Mann, Frau oder Kind, kann sich selbst entflegen. Ja, ersetzt ruhig euren Körper mit Metall. Tut so, als fährt ihr nicht aus Fleisch und Blut. Da ist so ein Prediger da oben. Aber kein Chrom der Welt kann eure Seele ersetzen. Meinst du? Metall rostet. Fleisch verrottet. Während die Seele verzweifelt flehend ruft. Seid gewarnt, erzittert. Wahrlich, ich sage euch, diese Stadt badet in Rast und Feule. Das glaube ich auch. Also seid gewarnt und erzittert. Zieh dir meine Hose an, Mann. Oh, ich soll ja hier auch noch auf ihn warten. Anatomikon? Okay. Okay, ich warte. Ich warte. Wie? Aaron. Schön, dich zu sehen. Hier lang. Etwas später. Terracognita. Beeindruckend, finde ich. Naja, eher wie Pacifica auf Steroide. Oder das Stadtzentrum nach einer Bombe. Pacifica ist eine stinkende Leiche. Docton lebt und Terracognita ist das verfickte Kronjuwel. Wie man sieht. Du klingst ja begeistert. War in DT, solange mein Vater hier auf dem Bau war. Als alles den Bach runterging, sind wir hinter die Mauer gezogen. Bin jetzt ein Jahr wieder her, seit ich aus der Gang raus bin. Hey, der Automat hat ja nichts getan. Das große Gebäude da. Da ist Klinik, ist hinten drin. Eine Klinik. Ripper doch Klinik. Warte mal. Ja, ja. Ich muss dir noch was sagen. Was denn? Raus damit. Okay, spuck's aus. Also, die Wahrheit ist, meine Kämpfe waren manipuliert. Na klar. Angie, die Alpha der Animals, hat entschieden, wann ich K.O. gehe. Über einen Chip in meinem Kopf. Scheiße. Innenohrdisruptor. Sie legt den Schalter um und ich kippe um wie ein Fisch an Land. Das ist ja auch ätzend, ey. Genau, beim Innenohr auch noch, wo das Gleichgewichtssinn liegt und sowas. Und du da dann sofort um, also dich nicht mehr halten kannst. Wie fies einfach. Okay, hast du Angst, dass Angie das bei deinem nächsten Kampf auch macht? Meinst du, Angie benutzt den Blocker in deinem Kampf gegen Vince? Weiß nicht wie. Aber wahrscheinlich. Großer Kampf, hohe Einsätze. Ich wollte Boxer sein. Aber durch sie wurde ich zu einer Lachnummer. Wenn ich wieder falsch K.O. gehe, kriege ich nie mehr einen Kampf. Das ist meine letzte Chance. Dann nutzen wir sie auch richtig. Okay. Also rein zu der Klinik. Die ballern sich hier aber auch das Zeug rein. Meine Fresse. Er bleibt nicht da. Also er bleibt da, mancher kommt nicht mit. So wird ein sinnvoller Satz draus. Alle töten. Noch nicht, aber mir fällt schon was ein. Ja, alle töten, das fällt mir immer ein. Oh, hier ist eine Mine. Denkst du, ich sehe das nicht, oder was? Da vorne steht schon einer. Hier ist noch eine Mine. Da ist ein Zugangspunkt oder ein Rechner. Okay, die Gegner wollen auf jeden Fall Stress da vorne, glaube ich. Warte mal, die Mine waren hier und hier. Ist hier vielleicht noch ein Eingang oder was wird hier geschützt? Hinten, da kannst du auch nirgends so durch. Oder nur damit man von hier nicht durchkommt, oder was? Oben geht's nicht. Da haben wir auf jeden Fall eine Cam. So, Kamerasteuerung. Wie sieht's denn da drin aus? Okay. Auf jeden Fall ein paar Leute da. Da oben ist auch noch einer. Gibt nur zwei Kameras. Okay. Das da hacken, wäre nicht schlecht. Kann ich nicht? Zugangspunkt. Ah, da muss ich dann schon dran stehen. Ich könnte da ein paar Leute ausschalten. Der da hat einen Totenkopf. Der ist gefährlicher, oder? Ist alles zurückverfolgbar? Ich will nicht zurückverfolgbar sein. Dann nehme ich eben mein Messer. Lautlos wie die Nacht. Kann ich von hier aus das da reinschmeißen? Müsst ihr ja nicht sehen, oder? Na, das hat er somit so ein bisschen überlebt. Aber das Gift, das Gift hat ihn noch. Eigentlich müssten die mich jetzt nicht gesehen haben, weil ich ja eigentlich ganz gut in der Ecke versteckt war. Ja, haben wir auch nicht gesehen. Schwachstelle hat er da an der Schulter. Schwachstelle getroffen. Harter Kripp deswegen auch. Jetzt, er zuckt noch ein bisschen, aber das sind die Geräte. Powersturm. Alles verkaufen. Das brauche ich nicht. Ah ja, da oben. Ich habe fast vergessen. So steht aber ganz blöder wegen dem, wegen dem, ähm, wie heißt das? Wo man sich so festhält. Geländer. Ich verstehe dich nicht. Na, da steht ganz blöder. Weil der ganz blöd dasteht, muss ich den von hier unten ausschalten. So, jetzt ist natürlich der blöde Hacker hier, ne? Der mich jetzt zurückverfolgt. Ich weiß nicht, wo der steht. Hätte ich vielleicht mal vorher suchen können. Hier reingehen, war vielleicht auch nicht so die Schleude. Oh, das ist zu weit oben. Ich habe noch ein Präzisionsgewehr. Alter, Aaron, das springt einfach hoch. Was ist er denn für ein Ei? Da ist der Hacker. Oh, das Visier ist auch echt so freudig. Treffe mit nicht. Präzisionsgewehr, weißt du, dann hast du, musst du mit sowas zielen. Da bin ich. Okay, das fallert aber ganz gut. Revolver, also Power-Revolver und Präzisionsgewehre und Pistolen, das ist halt für meine Klasse gedacht. Alter, ich denke, er geht weiter. Das Ding hat halt nicht so eine Reichweite hier, ne, der Revolver. Da oben, der hackt. Digga, hör auf, mich zu hacken. Oh, tschüss. Wir sind ja doch viel mehr drin, als gedacht. Ich hatte hier für das Gebiet halt keine Kameras mehr oder hatte keinen Zugriff auf die. Deswegen habe ich das nicht gesehen, dass da hier so viele sind. Macht ja nichts. Pumpt die Musik wieder ein bisschen. Okay, neutralisiere die Scavenger. Bin ja schon dabei. Wie viel gibt's denn noch? Was hat der hier? Verbesserungsspitze. Aber Aaron, der rennt da oben auch ganz gut solo durch. Ah, hier. Der springt einfach wie ein Weltmeister hoch und boxt alle weg. Wie immer, Beine, Arme damit wegfliegen. Diese Revolver. Mach's schnell für dich! Hey, hey. Oh, danke, Aaron. Kommt da angeflogen, ey. Wie ein Schutzengel. Achtung, Achtung. Ja, geh auf ihn. Oh, der ist ja nur ne Camp. Nicht einschalten, sollte ausschalten eigentlich. Die war aus. Natürlich ist er ganz oben. Hey. Brauchst du nicht duken. Ich schieße schon nicht auf dich. Alle? Alle neutralisiert? Ging ja ganz gut. Mehr oder weniger. Okay, da will ich nicht rüber. Da fehlen Bodenplatten. Wir sind fast da. Nur noch ein Kappen. Ich kann's riechen. Die Waffe wird automatisch weggepackt hier. Mietmuskeln. Ich sorge nur dafür, dass alles glatt läuft. Ich bin jemand, der Probleme löst. Aaron hat Ärger erwartet. Ich halte ihm den Ärger vom Leib. Ihr versteht das nicht. Wenn Angie das rausfindet, lande ich mit Zementstiefeln und ner Kugel im Kopf in der Bucht. Damir, du bist der beste Ripper in halb Dogtown. Angie rührt dich nicht an. Hilf mir einfach mit dem Chip. Bitte, du musst. Scheiße. Ja, ne? Verdammte Scheiße. Okay, aber schnell. Auf den Stuhl mit dir. Wie? Ja? Ich hab echt Angst, dass ich nicht wieder aufwache. Kannst du hier warten? Bitte? Na klar. Wenn du nicht wieder aufwachst, wacht der hier auch nicht wieder auf. Kann ich dir versprechen. Warte, bis der Eingriff vorbei ist. Okay. Ich hab dich im Auge. Achso, ich soll warten. Ich soll mich auf den Rollstuhl setzen. Na toll. Ich dachte, ich kann die Operation mir angucken. Mann. Operation am offenen Gehirn. Das schaue ich mir immer sehr gerne an. Etwas später. Okay. Okay, das war's. Der Blocker ist inaktiv. Er wacht bald auf. Natürlich. Wie inaktiv? Du solltest ihn entfernen. Wie inaktiv. Du solltest ihn doch entfernen. Ja, aber... Der Chip sitzt tief im Innenohr. Das wäre invasiv. Ist sicherer, den Empfänger auszuschalten. So ist der Chip tot und Aaron schnell wieder fit. Sehr gut. Das ist ein technisches Wissen. Du weißt doch, wie es ist. Das ist Angie. Die schneiden hier rein, wedeln mit der Knarre. Was hätte ich tun sollen? Wir reden später. Hey, Angie. Was geht? Da ist ja unser kleiner Aaron. Wovon der wohl gerade träumt. Nicht von dir. Ausnahmsweise ist er mal nicht ganz so blöd. Kommt nicht alleine. Coole Arme. Also, haben wir gleich ein Problem? Sag du's mir. Willst du ein Problem? Dann geh weiter. Woher wusstest du, dass Aaron hier ist? Wie hast du uns gefunden? Bist du uns gefolgt? Wir haben Leute hier. Aber das ist völlig egal. Reden wir über Wichtigeres. Okay. Hast du überhaupt eine Ahnung, wen du da beschützt? Aaron. Ein Boxer. Ein in die Enge getriebenes Tier. Ein Ex-Gangster. Das hier ist auch ganz gut. Sagst du jetzt noch was? Ein in die Enge getriebenes Tier, das aus seiner Falle will. Sehr witzig, dass Aaron das behauptet. Aber das stimmt so nicht. Aaron hat für uns Beine gebrochen. Häuser angezündet. War echt gut darin. Das ist seine Natur. So viel wilde Gewalt muss man fördern. Also haben wir in Training und Implantate investiert. Wir wollen nur, dass Aaron seine Schulden an uns bezahlt. Wenn er den Kampf gegen Vince verliert, sind wir quitt. Sie kann ja jetzt natürlich viel erzählen, weil Aaron kann sich nicht wehren gerade, weil er ist ausgenockt. Er kann nichts mitreden. Hat er uns das wirklich verschwiegen, weil er wurde natürlich vollgestopft mit Cyberware. Und das machen macht so eine Gang macht das natürlich nicht umsonst. Ihnen halt die ganze Ausrüstung geben. Und er hat sich dann so aus... Weiß ich nicht. Sie erzählt mir das jetzt einfach so. Also sie hätte ja auch hier reinkommen können und voll Stress machen können, aber sie spricht mit uns ganz normal. Aaron schuldet euch gar nichts? Hm. Das sollte der Kampf seines Lebens werden. Ey, hörst du zu? Ich hör zu, aber ich muss doch erstmal die Situation abwägen. Okay. Vergehst die Sache. Wir sorgen dafür, dass Aaron verliert und du bekommst 10%. Oh, Konzerner. Ich will 20%. Ich hab mal ein Projekt aus der Scheiße gezogen. Mein Boss den Arsch gerettet. Der Wichser hat mir auch 10% geboten. Als Bonus. Hab ihn gefragt, ob seine Karriere so wenig wert ist. Soll heißen? Soll heißen 20%. Du bist echt nicht ohne. Okay. 20%. Du musst dir um Aaron keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern uns um alles. Du kannst gehen. Hat er uns vielleicht wirklich belogen und wollte V ausnutzen, damit er der Chip... Warum wollte er, dass der Chip neutralisiert wird, wenn er den selber nie benutzt hat? Verlass das Skeff-Versteck. Aber für 20%? Ich mein, ich kenn ihn ja auch nicht. Ich kenn beide nicht. Aber sie hat mir Geld gegeben. Er nicht. Irgendwie fand ich sie jetzt vom Gespräch her gar nicht unsympathisch. Klar ist von der Gang und so, aber... Hat gut verhandelt. Willst du irgendwas? Hm? Ich dachte, wir können noch ein bisschen schnacken. Naja. Aaron? Sorry, aber Schuld muss bezahlt werden. Verschwinde! Schnell und leise! Ich hab genug Probleme! Du machst alles nur komplizierter! Vielleicht ist er auch so jemand, der so Leute ein bisschen ausnutzt. Hat sich die ganze Cyberware kostenlos geben lassen. Vielleicht ein paar Aufträge für die gemacht und sowas. Und dann, wo er alles hatte. Gute Arme. Gute Kraft. Hör dir! Sonst wird's ungemächtig! Ist er dann einfach abgehauen? Um für sich selber dann zu arbeiten? Keine Ahnung. Vielleicht ist das eher so einer. Ich lass das erst mal sagen. Ja doch. Warum sind hier eigentlich wieder so viele am Leben? Was ist denn das Geschütz denn? Ich denke, wieso kann ich hier nicht einfach rauslaufen, ohne dass mich das Geschütz hier... ...heftig angreift. Guck mal, die lassen mich rauslaufen. Aber das Geschütz wollte gerade auf mich ballern, ey. Also bitte. Ich brech dir doch die Beine. Wenn mich nochmal so nennt's. Okay. Warte, bis Angie sich meldet. Okay, das ist gut. Gut, ich warte. Gut, dass ich die Konzerne-Antwort hatte, um nochmal 10% rauszuholen. Wie lange muss ich warten? Das ist Judy wieder. Okay. Okay. Da war ein Lager in meinem Motorrad drin. Ich hab' nichts. Ich hab' nichts gemacht. Warte, 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 warte. Komm mal rückwärts. Ich wollte hier durch das Tor. Alter, Motorradfahren ist ja auch echt eine Kunst für sich, ne? Der ist aber hier gestürzt. Und die wollen das hier weg snacken. Den wollte ich mir holen. Oh. Oh. Schön Großes für dich. Ich greife von der Gaste an. Ach, wer darf sich euch zu bewegen? wenn ich von allen seiten kommen aber der hat auch kein leben mehr da vorne komm doch um die ecke das war's Wie viel geht das? Ah, der läuft weg. Feige Sau. Jetzt mal wegsliden. Ach, kaum jetzt. Oh, der war doch voll drauf. Der war mitten im Ingesicht. Der Fadenkreuz. So geht der da. Das war bei dem auch so. Genau so. Okay. Angie ruft nicht an. Da schießt ja noch einer. Hey. Ich stehe doch bei der Letzte gerade. Ich glaube, Erfahrungspunkte und fast level ab. Was ist das hier? Oh, tausend. Alles, was tausend ist, kann man sehr gut verkaufen. Das nicht. Siebentausender Waffe. Maschinenpistole Smartdings brauche ich sowieso nicht. Perfekt. Und jetzt können wir mal schauen, was hier noch drin ist. Oh, ich muss mich diesmal gar nicht verbinden. Ich kann direkt hingehen. Wir haben Quick Hack Komponente. Eine Cyberware. Okay. Biotech MK4. 2.000 Geld auch noch gekriegt. Okay. Kategorie 5. Muss man mal in anderen Sachen verbessern. Sieht nicht schlecht aus. Okay. Und das war noch nicht übel. Aber Angie meldet sich immer noch nicht. Ich würde sagen, weil wir hier auch gerade eine Schnellreise haben. Ah ja. Äh. Äh. Judy. Judy meldet sich. Hey, wie? Ich muss dir was sagen. Okay. Dann schieß los. Ich muss nur was loswerden. Okay. Pass auf, Bi. Ja. Ja. Ich bin gespannt. Du weißt, äh. Ich hab's nicht so mit Gefühle. Aber ich, äh. Hab über die letzten Monate nachgedacht. Und, äh. Wollte nur sagen. Danke, Bi. Dafür, dass du mit mir zusammen bist. Und für alles, was du getan hast. Und dafür, dass du so bist, wie du bist. Du bist, äh. Toll. Wollte ich dir nur mal sagen. Und jetzt muss ich mich irgendwo verstecken. Ich bin ganz rot geworden. Das ist ja nett. Dankeschön. Okay. Oh, mein süßes kleines Blümchen. Nein. Du bist toll. Hör auf zu schleimen. Du machst es nur noch schlimmer. You are breathtaking. War das nicht so ein Keanu Reeves-Meme? You are breathtaking. No, you. Okay, danke, Judy. Sehr nett von dir. Okay. Leute, wir machen in der nächsten Episode weiter. Mal gucken, ob sich dann Angie meldet. Das war heute mal die Quest mit Aaron. Sehr interessant. Viele Kämpfe. Erstmal da drin, bei Angie drin. Ja, und eben hier wegen der Abrufstelle. Könnte man mal wieder ein paar Messer fliegen lassen. Und sollte euch das Ganze gefallen haben, dann das Gannendown nach oben da. Und dann sage ich wie immer, ciao. Ciao. Bis zur nächsten Folge, wenn hier mal wieder irgendwie random Leute da vorne einfach überfahren werden hier in der Stadt. Das sah brutal aus. Ich glaube, der steht nicht nochmal auf. Fahrerflucht. Das interessiert hier aber, glaube ich, wirklich keinen. Aber wenn ihr euch für die nächste Folge interessiert, dann schaltet auf jeden Fall ein, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.